die ja liebe Freunde es ist wieder Dienstag und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening und zwar dann habe ich hier 10 ne ich habe eigentlich 14 Chroma 2 Cases haben wir wieder gesponsert bekommen und ich habe aber nur 10 Keys denn wir öffnen ja jeden Dienstag nur 10 Kisten und dann würde ich sagen legen wir los und ja es ist immer noch zu zweit weil ich eigentlich immer noch nicht so überzeugt bin von denen in der vierten Case ich habe auch und vertreten Kaisers im Inventar ich glaube sogar genau 10 und sagte um dass ich da das ist ja das ist dann nächste Woche ein Verkündung kommen wir und kann ich auch nicht versprechen weil ich muss mich die die sind selber überwinden wenige Kinder sind dann sind um ich mag ein paar aber halt nicht ich habe natürlich nicht die meisten einiger die lehnte wo er ist wenn ich erschien spielte es sind so und noch eine Nähe finde ich scheiße so viel aber noch hier so was hallo hallo ja da ist kurz nicht nur reingescheint auch nicht schlecht muss mich trotzdem ich bin natürlich sogar vorbereitet ja ich gehe nicht in der aufnahme ja scheiß drauf das war ja noch und 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 schade 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 die Sklau die Betriebskarte unser Letzte ist eine der Verlieger und damit was das für diese Woche und ich sage zum nächsten Mal Tschüss